5-0 Ja, da sind wir wieder. Direkt in der Scheisse. Ja, auch. 5-0 Oh. Ja, genau. Der ist Lomo. 5-0 Keine Wun mehr. Gewesen. Der 5-0 ist tot. Hey, du kannst ja gar nicht teabagen, die Leute. Du kannst ja auch. Fetsch geil gefunden, he? Oh, da hat's noch Moon. Ich brauche unbedingt Moon. Mal doch, mach ich mit. Wo ist es da? Ich sehe dich nie irgendwie. Oh, das ist nicht mal Moon, das ist... Explosivgeschoss. Und da hat's nochmal ein Handy. Wie ich das nie sehe. Oh, da sind wir zu früh rein. Ah, da hinten klingt es doch. Ah, da hinten dran. Willkommen beim Kundendienst von Price House. Aufgrund der jüngsten Ereignisse sind unsere Filialen im Großraum New York bis auf weiteres geschlossen. Wir bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wir... Kontaminierte Vorräte entdeckt. Kontaminierte Vorräte entdeckt. Sollte sie einfach aufladen, wenn die hier läuft. Ja, ja, das ist jetzt halt der. Oh, das ist das, oder? Das kennen wir doch von der Beta. Da musst du dich echt präzieren, oder nicht? Was, das kennen wir? Kennen wir doch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Ist doch da. Ich habe noch eine neue Jacke gefunden. Mit der modernen Baseball-Mütze. Das ist total. Ja, oben läuft ja Zeit. Noch 5,5 Minuten. Ja, und was muss ich suchen und aktivieren sie wieder und scannen. Weisst du noch einen Dietrich? Weiss ich das? Ja, weiss ich nicht, ob du es weisst. Wäre möglich, dass ich so etwas habe. Ja, ist natürlich doof, habe ich dort in der letzten Folge meine... Braucht so unnötig. Ja, ich habe den Verkehr, ich muss mich da genau suchen. Ähm... Ja, ich kann das alles nicht ausmachen jetzt. So den Virenscanner. So mies. Ja, wir müssen jetzt... Wie hoch ist denn die Bude? Ja... Ja, schon so 300, 400... Ähm, ich weiss es nicht. Geht es noch weiter? Ist doch das oberste. Oh, wie hell... Ah! Ich weiss es nicht. Da kann es unten wühlen noch. Irgendjemand eingebracht. Hat es dich geblendet? Bub. Ich weiss nicht, ob es ein Scheisser aussieht. Ah, da! Warno! Die Daten dort... Warno! Die Daten dort... Warno! Die Daten dort... Warno! 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 Wo ist denn der letzte von denen? Kein Plan. Wir bewegen uns ja weg von denen. Irgendwie schon, hm? Mhm. Das zeigt sich auch gross an, da muss man mal schauen, wenn du zurückläufst. Mhm. Vorratzen, Feinde. Wir haben nur 3 Minuten 08, um den Scheiss zu finden. Mhm. Ja, das andere ist unten, oder? Oh, jetzt bin ich in den Verkehr gelaufen. Findest du es? Hä? Ah, ist es auf dieser Etage? Eventuell... Ah nein, das ist Munition. Ah, kann er. Alarm! Alarm! Atomination! Atomination! Eingeleitet! Oh oh! Ja, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir runter, oder? Ja... Es ist eben... Also ich finde es ein wenig unklar. Ich bin ja auch gerade ein wenig im Verwirrten, aber... Und was findest du unklar? Ah, ja... Die Richtung des Ziels. Ah, ist schon richtig. Ja... Da sind's. Die Bösen. Wir werden wahrscheinlich noch... Das ist leichte Beute. Mein Finger wird langsam nervös, wenn du darauf tust. Leichte Beute. Ihr seid alle am Arsch! Tür... Kampff abgeschlossen! Krampff abgeschlagen! So... Der Wahnsinn! Da ist noch etwas. Oh, robuste Maske. Reflexvisier. Oh, ich sehe es. Ich habe immer das Gefühl, ich nehme das Zwiebeln. Laminierter Rucksack. Grosser Schalldämpfer, erdbraun. Inventar voll, das ist jetzt nicht etwas mühsam. Naja, das ist ungünstig. Oh, ein Snoop da? Ja, kann ich da auch runter, oder? Da kann ich runter. Wo ist jetzt der Hund? Ist er weg? Nein, da ist er. Hallo? Hallo? Evie? Kann ich den jetzt? Ähm, komm, also. Gehen wir mal... Oh ja, ich bin gerade so weit. Kann man da nicht irgendwie... Nein! Nein! Wäre schön, da hätte ich jetzt schnell anreisen können. Was ist denn da noch mit einem Freund? Was ist da ein Freund? Der Frank Trebin? Ja. Ja, lass uns mal noch den Frank rein. Hat man gerade ein... Hat man einen Anzeigen dort? Ja, dann lass uns mal den Frank noch rein. Aha. Ähm... Ja, aber gehen wir jetzt mal noch in die Base, oder? Ja, ja. Ja, ja. Hunderte. In die Bude! Wir gehen zurück in die Bude! Oh! Ja, aber kommt der da jetzt nicht auf, wenn wir da? Ja. Jetzt hatte ich ein hohes Problem mit den Seilen. Wo bist du jetzt wieder? Äh... Ja, da... Wow, das ist so ein Weichen. Ich bin gerade dort bei der Box, eigentlich... ...die Leiter... ...die Stegen ab. Die Höherleiter. Die Höherleiter. Der hat ewig gebraucht, bis er nicht ankommen ist. Bugel! Ja, wenn es im... ...Far Cry so einfach wäre, die Huren Vögel abzuschiessen. Wäre mal noch etwas. Wäre geil, irgendwie. Nicht? Hast du auch mich an, Huren? Ja. Das sind ja Ficker. Die Taten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Ja, aber wie komme ich da raus, ja? Das ist das kontaminierte Gebiet. Da regt es mich auf, da? Ja, den Controller regt auf. So, ich bin jetzt dann gerade dort. 200 Meter. Rätten! Tot! Blitzreise zu Teamkameraden. Sie können schnell zu ihrem Teamkameraden reisen. Ja, geiss doch mal einfach zu mir. Ja, das macht ja nicht. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Es geht erst, wenn ich... Ah, hast du das nicht jetzt gerade freigeschaltet? Bei mir ist jetzt einfach links eine Nachricht gekommen. Das können wir. Wenn du auf die Karte gehst und dann feiere ich. Mhm. 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 Do it. Jetzt da wieder Werkzeug. Ja. 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 Ja, nein. Ich mach dir schon nichts. Keine Panik. Ja. 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 Jessica. Ja. Die labere doch mit dem Bildschirm schon. Jo. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber... Wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal. Draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben. Nehme ich gern entgegen. Ich weiß, ich weiß. Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott. Das Arschloch. Ich habe ihn mal an der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Macht sich da ein bisschen wichtig, findest du nicht? Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Ja. Ich muss das nur ein Rat geben. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen. Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Aha. Ja. Ja, ich bin vor allem unsicher, aber ich glaube, wir hätten auch ein bisschen hübscher in der Nähe, nicht? Das ist ein bisschen sexistisch jetzt, hm? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Klinik. Zehn Ausbauten. Ja. Wenn medizinische Flügel vor der Medizinflügelgüter für jeden Ausbau, den sie vornehmen wollen. Mhm, mhm. Jawohl. Fertigkeiten und Fertigkeiten, Mods oder Talente? Ja, okay. Jetzt haben wir da erste Hilfen zu, hm? Ausbauen. Sieht perfekt aus. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich bringe Ihnen eine gute Flasche Wein mit. Hm, gute Flasche Wein. Ja, jetzt können wir ja da noch mehr, oder? Mhm. Was nimmst du denn da? Kinderkrankenpflege. Jetzt selber gehst du da. Jetzt ist gerade umzuschauen. Ja, ich nehme ja, ich nehme das. Ich nehme jetzt das einfach mal nach Hause. Wähle. Kinderkrankenpflege. Neues Talent. Subi. Einsatz abgeschlossen. Tygaaa. Ja, dann nehme ich mal Beratung. Ja, ja. Was ist jetzt da? Klinik. Aha, das ist jetzt das. Von den Schwangeren, ja. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal und Siegelisten zu behandeln. Wir haben alle händevoll zu tun. Klinik. Wie geil. Läuft da? Ja, ich bin eben da für Frau und Kinder zuständig. Ich bin der Typ. Der Typ, der Typ. Der Typ, der ist der Typ. Aber die sind jetzt einfach da rumhängen und mehr ist nicht, oder? Nein, ja, also bei mir hat gar niemand rumhängen. Die essen jetzt einfach auch das Brot vom Tisch. Das ist der Typ. Ähm, was machen wir eigentlich? Ja. Los. Gehen wir raus. Gehen wir hin. Machen wir. So, Einsatz. Wenn wir... Wir könnten da jetzt mal den Blauen machen. Ähm, ja. Was ist uns tun? Was ist uns tun? Oder wenn wir nochmal wieder ziehen fliegen? Oder wenn wir nochmal wieder ziehen fliegen? Nein. Wir machen Technik, oder? Ist das Technik? Ist das Technik? Dann merkst du doch nicht dergleichen. Technik ist das mit dem Blitz oder das Gehle. Für alle, die mich hierher geschickt haben, mein Herzlich erschleckt mich. Was ist gemein? Also machen wir raus, komm. Blau. Sicherheitsflügel. Aber eine Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht die Quarantäne dort zu durchbrechen. Noch hält ihn eine Garnison der JTF stand, aber sie werden... Eine Garnison. Und wenn die Aufständischen die Schleusen sprengen, um durchzubringen, wird der Tunnel... Weil da muss er laufen. Die Nachschublinie geht verloren und jede Menge Leute sterben. Wir haben die Bestätigung, dass Benitez dort mitten im Getümmel ist. Der Tunnel muss gesichert und Benitez zur Basis gebracht werden. Wo bist du? Bist du da? Ähm, ich komme. Oh, ich hatte es, wenn es überall leuchtet, dass man etwas Neues hat. Ah, komm. Kann man da noch etwas moden? Oh. Oh. Ja. Immer dran. Schnellwechselmagazin. Yeah baby. Nehmen wir doch das. Schalldämpfer. Verminderte Bedrohung. Verminderte Bedrohung. Ja, aber... Ist er dann auch... Weisst du? Er hat jetzt eine Stufe 2 Schalldämpfer drauf, ja. Er hat 1,5% verminderte Bedrohung. Nachher habe ich eine Stufe 5. Einen grünen. Er hat auch 3% verminderte Bedrohung. Der ist ja eigentlich schlechter dann. Also, weisst du? Vielleicht ist verminderte Bedrohung ja auch was Gutes. Bin ich unsicher? Mit dir in die Brille schiessen? Die sind immer noch ganz. Jetzt haben wir da jetzt mal das E-Flex auftun. Ja ja. Ja. Dann kommen die anderen Waffen auch noch. Das ist verbaut. Da haben wir ja auch noch... Ja, aber eben. Tust du denn überall Schalldämpfer drauf jetzt, oder? Ja, weiss auch nicht. Ist ja egal, ja. Ich scheisse doch drauf, ob ich bedrohlich bin oder nicht. Tja, das ist doch doch ein Game. Ich weiss nicht, was du... Weiss nicht, nein. Ja, ja. Was sollten die Komponente für eine Auswirkung haben? Ich weiss es eben auch nicht. Gut, vielleicht... Vielleicht rennt da der Baseball-Tubbel ein wenig weniger auf dich los. Aha, aha. Ja. Ja, also. Bist du bereit? Und scheisse. Mhm. Aber... Nein. Nein, wer will noch etwas. Müsli-Riegel. Warum nehmen wir Müsli-Riegel? doch sieht's aus aber ähm, da siehst du jetzt keine andere Leute, oder? nein, die siehst du eigentlich nur in irgendeinem Safehouse oder in der Dark Zone ist das vorher auch schon so gewesen? ich bin, aha, ja ich bin gar nicht sicher ja, aber wie es da weitergeht, haha, dann fahren wir morgen, in der nächsten Folge dann geht's ja, das hab ich jetzt einfach mal so gesagt, du weisst easy, like den shit like den shit, abonnier den shit so kommt der Gritti zu dir, halt Kilometer also, bis dann, macht's gut Hallo innen, tschau 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 Vielen Dank.